Die Idee zur Kampagne Air Klima das Mal ist entstanden, als die COP23, die UN-Klimakonferenz, sich so langsam angekündigt hat. Wir haben uns gefragt, was haben die Fidschis mit dem Rheinland zu tun? Und was machen wir als Unternehmen und auch wir als Bürger und Politiker eigentlich schon für den Klimaschutz? Und um diese Frage herum haben wir uns diese Kampagne ausgedacht. Wir sind insgesamt zwölf Partner. Die Kampagne bestand aus drei Teilen. Zum einen gab es eine Eröffnungsveranstaltung auf der MS Rhein Energie auf dem Rheinschiff mit Experten. Zum zweiten gab es eine Plakataktion mit provokanten Fragen. Ziel war es, die Bürgerinnen und Bürger auf einem Microsite hinzuführen. Warum freuen sich die Fidschis, wenn es in Köln schneit? Wir sorgen rote Ampeln in der Stadt für grüne Mobilität. Und was ist Ihre Frage zum Klimawandel? Dort konnten sie Fragen zum Klimawandel stellen und Experten haben diese dann beantwortet. Zum dritten gab es Exkursionen an Orte, wo der Klimaschutz hier in der Region schon ganz konkret sichtbar wird. Es sind über 25 Exkursionen gewesen, unter anderem in den Fernwärmetunneln, unser Heizkraftwerk in Niel und vieles mehr. Die Kernbotschaft der Kampagne ist eigentlich, Klimaschutz fängt bei mir an. Wenn dieses Bewusstsein bei uns angekommen ist, dass wir alle zusammen hier vor Ort das Klima mitgestalten und mit beeinflussen können, dann haben wir mit der Kampagne sehr viel erreicht.